Es ist 15 Uhr und das heißt für Sie Top-Produkte, exklusiv für Sie, zum Spitzenpreis von nur 15 Euro. Hier kommt die 15 15 Show. Drei Stühle hier, drei Leute und drei Uhr. Es ist 15 Uhr und das heißt es ist die 15 15 Show. Ingo hat ganz tief gegraben und hat wunderbare Produkte heute mitgebracht. Sie dürfen bis zu fünfmal bestellen, es sei denn, wir sagen was anderes. Jedes Produkt nur 15 Euro und das erste Produkt lässt mich schon richtig warm fühlen. Es schlägt 15. Vielen Dank für die Vorschusslogan. Diese 15 15 Sendung ist immer was ganz Besonderes auch für uns hier als Experten, weil wir natürlich dann versuchen irgendwie was zu finden, was uns gefällt, was vielleicht lange nicht auf Sendung war, was was ganz Besonderes ist. Und da ist mir dieser Elektro-Deko-Kamin aufgefallen. Habe ich noch nie gesehen vorher. Ich habe im Katalog gesehen, dachte, Mensch den bringst du mal hier in die 15 15 Show. Habe angerufen, es ging. Und nicht mal als Preisalarm, den dürfen Sie tatsächlich auch bis zu fünfmal bestellen. Der sieht so schön aus. Das ist ein reiner Deko-Kamin, also der wird nicht heiß. Das heißt, auch im Sommer, wenn es warm ist, müssen Sie keine Angst haben, dass er die Temperatur noch unerträglicher macht. Aber er bringt halt Gemütlichkeit. Ja, definitiv. Du sitzt auch abends noch gern auf dem Balkon, ne? Natürlich, du kannst diesen Kamin wirklich überall mit dir zu nehmen. Ich glaube auch für Büro wahrscheinlich auch. Das wird sehr, sehr schön. In der Küche, im Esszimmer. Also ich glaube, das ist wirklich so zwei Gläser Wein abends mit deinem Partner, mit deiner Familie ein bisschen diese Gemütlichkeit zu genießen. Sieht sehr, sehr schön aus. Und das sieht wirklich sehr echt aus. Ja, und das ist wirklich richtiger Feuer drin. Und das Schöne hier finde ich auch einfach die Größe, dass der so kompakt ist. Es gibt ja auch Deko-Kamine bereits, aber die sind oft sehr groß. Und da muss man natürlich auch den Platz in der Wohnung oder im Haus oder im Wohnzimmer, wo auch immer, haben, um so einen Deko-Kamin auch platzieren zu können, ohne dass es zu viel aussieht. Und der ist so schön kompakt. Dann auch mit dieser, nicht Laternenoptik, aber es sieht aus wie so ein kleines Kaminhäuschen. Und wie Diana schon gesagt hat, die Optik sieht super, super echt aus. Ich meine, hier unten diese Holzoptik, dann die Flammen, die hier lodern. Und das meinte ich zu Anfang, es lässt mich so warm fühlen, weil der Kamin gibt einem einfach so ein kuschelig, warmes Gefühl. Du kannst ihn sogar aufhängen hier, siehst du? Der hat oben so einen kleinen Ring, da kannst du ihn aufhängen. Also einen Kamin, den Sie aufhängen können, haben Sie mit Sicherheit noch nie gesehen. Den können Sie aufhängen. Der funktioniert ganz einfach mit Batterien. Und dann bringt er eben diese Gemütlichkeit hier. Es wird ja immer früher dunkel jetzt schon, aber ich liebe es auch, so draußen zu sitzen. Da ist so ein Feuereffekt natürlich hier. Bringt eine ganze Menge hier für die Gemütlichkeit. Wenn man dann vielleicht noch mit Freunden draußen sitzt, ach, gibt doch nichts Herrlicheres, als den Sommer jetzt noch zu genießen. Kalt ist es auch noch nicht so am Abend. Aber bald. Aber bald, ja. Genießen wir noch die letzten Tage hier, die letzten Wochen, wo wir noch schönes Wetter haben. Das ist auch im Winter natürlich fantastisch. Allein schon die Optik lässt einen so gemütlich sich einkuscheln. Es gibt auch nichts Schöneres als so ein Kamin. Und der hier ist sogar, ja, portabel. Ja, für 15 Euro so einen super süßen Kamin. Ich glaube, ein riesengroßer Kamin kostet mehrere im hohen vierstelligen Bereich. Und hier für 15 Euro ein portablen Kamin. Wie schön ist das, wenn man den abends einfach mit rausnehmen kann. Auf die Terrasse, auf den Balkon, in den Wintergarten. Weil hier kann eben auch nichts passieren. Es sieht einfach nur täuschend echt aus. Aber es ist maximal sicher, kindersicher. Auch mal schön, vielleicht so ein schöner, kuscheliger Abend mit den Kindern, mit den Enkelkindern. An so einem Kamin kann da auch nichts passieren. 15 Euro. 15 Euro. Und jedes Kind wird denken, wie kann so ein Feuer an so einem kleinen Teil sein? Unsere Bestellnummer ist die NX8162 und die 569. Und jetzt kommt ein Produkt, was perfekt ist für Reisen, Urlaubszeit oder auch einfach Organisation. Es schlägt 15. Nennt sich XXL-Kofferorganizer-Packwürfel zum Aufhängen. Und Sie sehen schon, der ist sehr klein. Wie kann man denn da viele Sachen unterbringen? Ganz, ganz einfach. Den kann man nämlich aufhängen. Und Sie sehen, wir haben hier zwei Haken dran. Und jetzt sehen wir mal die ganze Fläche, die wir hier haben. Da haben wir jetzt also vier Fächer, die wir ganz bequem mit unseren Sachen füllen können. Das ist natürlich ideal, wenn man mal so T-Shirts, Hemden mit in Urlaub nehmen will. Da hängt man den einfach in den Schrank, füllt dann diese Fächer damit. Und dann werden die auch faltenfrei transportiert. Hier schwarz auf schwarz ist ein bisschen schwierig zu sehen. Aber ich hoffe, Sie kriegen die Idee hier mit. Und dann packen Sie die einfach voll und dann packen Sie den so zusammen, drücken den zusammen und können ihn ganz bequem in Ihren Koffer tun. Im Hotel selber müssen Sie dann auch gar nichts auspacken und in Schubladen tun oder Schrankfächer, die schon da sind. Ich persönlich bin auch immer sehr skeptisch, meine Sachen da reinzulegen, weil ich weiß nicht, was mein Vorgänger oder meine Vorgänger da vorher reingetan haben. Das hier ist wirklich perfekt. Und das Ganze hier für 15 Euro. Mir ist jetzt auch aufgefallen, dass in vielen Hotels die Schränke sehr klein gehalten werden, aber man dafür immer anderthalb Meter Kleiderstange hat. Und es gibt ja oft Dinge, die man einfach nicht aufhängt. T-Shirts, Tops, Socken. Wie soll ich denn Socken aufhängen? Und das ist einfach hier perfekt, wie man das gerade eben auch in dem Zuspieler gesehen hat, dass man da alles rein sortieren kann. Dann haben wir da unten noch dieses geschlossene Fach, vielleicht für schmutzige Wäsche. Für schmutzwäsche, ganz genau. Und einfach, dass man das zu Hause sich schon ordnen kann, wie man es haben möchte, zusammen macht und im Urlaub kann man es dann einfach ausfahren, sage ich mal. Und hat dann die Ordnung, die man zu Hause geschaffen hat, mit Unordnung. Gerade beim gepackten Koffer ist immer doof, wenn man dann was sucht. Und hier sehen wir das ja alles, wo was ist. Ja, also ich finde es fantastisch. Ich liebe diese Packhilfen, die wir haben. Und wie gesagt, ich finde die Idee fantastisch hier, seine Sachen einfach ordentlich reinzulegen. Genau. Dann faltet man das so zusammen, legt es in den Koffer und wenn man dann im Hotelzimmer ist, nimmt man es raus, faltet es auf und hängt es ganz einfach in den Kleiderschrank da. Ohne, dass man mit irgendwelchen anderen Schubladen oder Fächern in Berührung kommt. Hier, das ist sehr, sehr hygienisch. Und unten haben wir, wie gesagt, auch noch einen Reißverschlussfach für unsere schmutzige Wäsche. Das ist ja auch immer so ein Problem. Ich möchte auch nicht, dass meine schmutzige Wäsche mit meiner sauberen Wäsche irgendwie in Kontakt kommt, wenn ich dann wegreise. Genauso einfach ist es natürlich auch wieder zusammenzupacken, wenn man nach Hause fahren muss. Ich weiß, wir haben jetzt eine große Urlaubsperiode vor uns noch. Gerade so Urlauber, die jetzt eben nicht auf Ferien angewiesen sind, fahren sehr gerne im September weg. Kollege Carsten Ruhland fährt in zwei Wochen, ich fahre in vier Wochen und Kollege Ralf Jansen fährt in sechs Wochen weg. Ja, da könnt ihr genauso was gebrauchen. Und falls Sie das auch brauchen für den nächsten Urlaub oder einfach mal für einen Wochenendtrip, weil die sind auch wunderschön, ist, Sie bestellen immer die NX 5873 und die 569. Und ich habe ein bisschen das Gefühl, dass Ingo bei der Produktauswahl ein bisschen Hunger hatte. Der hat irgendwie so ein bisschen gedacht, heute würde ich mir gerne was grillen. Und genau deswegen das nächste Produkt. Es schlägt 15. Den idealen Helfer für Ihren Grill. Damit wirkt wirklich jeder zu einem Barbecue-Meister. Ich sag doch, du wolltest grillen, als du die Produkte rausgesucht hast. Also grillen ist aber auch schön, oder? Ja, grillen, ja. Wann habt ihr das letzte Mal gegrillt? Vorgestern. Ach, siehst du, und ihr? Ich glaube, vor zwei Wochen. Vor zwei Wochen, ja. Aber Carsten hat gesagt, dass wir können grillen 365 Tage pro Jahr. Das stimmt. Weil ich glaube wirklich, auf dem Balkon kannst du grillen. Wahrscheinlich, du hast einen elektronischen Grill. Ich habe einen elektronischen Grill, genau. Das ist auch super, super praktisch. Und natürlich, das Fleisch muss natürlich auch schmecken. Perfekt muss das sein. Wie magst du denn Fleisch? Ich mag es so halbeblutig, also zwischen Medium und Rare. Echt? Oh ja. Außen schön kross und innen weich. Ah, ja. Das ist natürlich nicht so einfach, das einfach so perfekt immer hinzukriegen. Viele schneiden es dann an, aber dann ist das Fleisch auch schon nicht mehr so gut. Das sind ja, gerade wenn man gutes Fleisch genommen hat, auch immer Werte, die da sind. Das ist ein Grillthermometer. Sie kriegen zwei Tester dafür, dieses Spieße. Die stecken Sie ganz einfach in Ihr Grillgut rein. Und dann können Sie hier auf diesem Grillthermometer sogar einstellen, was Sie da gerade grillen und wie Sie das haben wollen. Das heißt, Sie werden dann erinnert, jetzt ist es soweit, jetzt ist es wirklich perfekt. Und das klappt 100 Prozent immer. Das Coole an diesem Grillthermometer ist, dass das tatsächlich auch sich mit Ihrem Handy noch verbindet. Sie müssen also nicht ständig zum Grill rennen und gucken, na, ist es jetzt schon soweit? Wie lange braucht es denn noch? Was ist die Temperatur? Sie können das ganz bequem auf Ihrem Handy sehen. Macht die Sache nochmal komfortabler. Die Grillspieße sind natürlich temperaturunabhängig. Das heißt, die kann man also wirklich vielleicht auch mal in den Ofen oder sowas, wenn man was aufwärmen will. Oder wir haben immer, wenn wir so einen Auflauf machen, den kriegen wir selten zu zweit alle, dann stellen wir einen Kühlschrank und am nächsten Tag wieder in den Ofen. Ja, ich weiß keine Ahnung, wie lange sowas braucht. Oder auch in der Weihnachtszeit so ein Braten, da muss man ja auch immer auf die perfekte Kerntemperatur achten. Oder Roastbeef, da gibt es ja so, es muss ja nicht immer nur Fleisch sein. Es gibt ja so viele Arten, bei denen man die Temperatur im Blick halten muss. Auch so ein Lachs schmeckt am besten, wenn er auseinanderfällt, aber das passiert ganz sicher nicht, wenn er übergegart ist. Aber ich muss sagen, auch beim Backen musst du auch manchmal auch auf Temperatur achten. Wahrscheinlich auch, weil du verschiedene Creme magst, zum Beispiel Butter und Milch müssen die ähnliche Temperaturen haben. Ich finde das auch sehr, sehr praktisch. Und das ist wirklich so kompakt, so klein. Also das ist wirklich ein Must-Have für jede Küche. Also damit gelingt wirklich jedes Grillen, egal ob das Hühnchenfleisch ist, Fisch oder Gerind. Sie können damit wirklich perfekt ihr Fleisch zugereiten oder was immer sie auf dem Grill haben. Oder im Ofen hier. Wie gesagt, super praktisch, weil es eben nicht, man muss nicht daneben stehen und drauf gucken, na, wann ist denn jetzt die Temperatur, sondern ganz einfach vom Handy aus zu bedienen. Das ist genau ein gutes Stichwort. Ich kenne das von mir, wenn ich was auf den Grill lege und dann aber noch in der Küche zum Beispiel die Beilagen zubereite. Da kommt man gerne mal so in Vergessenheit. Und da einfach auf dem Handy zu gucken, wie weit ist das Fleisch oder der Fisch oder was auch immer auf dem Grill jetzt, wirklich eine sehr gute Erfindung. Die Bestellnummer hier ist die NC 3889 und die 569. Und ich bin schon super gespannt, was das Nächstes kommen wollen. Es ist unglaublich praktisch. Praktisch. Er schlägt nochmal 15. Ja, unglaublich gespannt war ich auch auf das Produkt. Ich habe das noch nie vorgestellt. Aber ich habe es im Katalog gesehen und dachte, das musst du mal ausprobieren. Und wir haben es hier tatsächlich in die Sendung bekommen. Es ist unser Preisalarm. Es ist so stark reduziert und wir haben nur ein kleines Kontingent jetzt zu diesem Preis verfügbar. Deswegen bitte nur einmal pro Besteller bestellen. In dieser klitzekleinen Tasche ist ein 11 in 1 Multi-Werkzeug-Sparten. Das hast du auch gelesen, ne? Ja, deswegen war ich so gespannt, wirklich gespannt, wie Pfeil und Bogen, wie denn jetzt 11 in 1 in einem Spaten irgendwie manövriert wurden. Guck mal, was hier alles drin ist. Es ist also ein kompletter Spaten, das ist natürlich klar, ne? Aber wir haben tatsächlich 11 Werkzeuge hier mit eingebaut. Verschiedenste Aufsätze. Ganz einfach zusammenzuklappen und dann eben auch zu benutzen aus hochwertigem Stahl. Also auch sehr, sehr robust. Die 11 Werkzeuge, die wir hier drin haben, ich lese sie eben mal vor. Wir haben natürlich einen Spaten. Wir haben ein Messer, einen Hammer, eine Hacke, eine Spitzhacke, eine Pfeife, eine Säge, einen Eispickel, einen Schraubenschlüssel, einen Zündstein und einen Flaschenöffner. Das müssten alle 11 gewesen sein. Ich glaube, das ist das perfekte Camping-Gadget, Off-Road-Gadget, was ich jemals gesehen habe. Wahnsinn, ne? Also alleine auch diese kleinen Funktionen wie einen Flaschenöffner. Flaschenöffner braucht man immer, gerade an so einem schönen Abend, wenn das, ich sag mal, die Glasfasche Softgetränk oder andere Getränke geöffnet werden müssen. Da braucht man immer mal einen Flaschenöffner. Aber auch hier, ich habe den gerade mal in Windeseile zusammengebaut und hier hat man eben auch einen längeren Spaten, nicht nur so einen kleinen, sondern hier haben wir auch eine gute Hebelwirkung, dass man da wirklich auch mal ein bisschen mit buddeln kann. Und dann eben hier noch, wie nimmt man das Beil? Ne, was ist das? Das ist eine Spitzhacke. Eine Spitzhacke, genau. Oder auch Eispickel. Ja, genau. Damit kannst du, wenn irgendwas vereist ist, kannst du es mal aufhauen. Also elf Stück in einem hier. Das alles in dieser klitzekleinen Tasche macht es natürlich ideal zum Mitnehmen, auf Camping, im Auto einfach mal dabei zu haben. Das ist für ein Material? Irgendwann braucht man das. Das ist Carbonstahl. Das ist also wirklich sehr, sehr robust, hält sehr, sehr lange. Ich meine, das sollte jeder im Auto haben. Das können Sie zu Hause natürlich auch für die Gartenarbeit benutzen. Die Säge ist dabei. Es ist elf Werkzeuge in einem. Und das Ganze eben klitzeklein zusammenlegbar hier in dieser kleinen Tasche. Ist einfach genial, oder? Ich finde es genial, dass es eben auch in dieser Mini-Tasche ist. Das ist ja in jedem Auto, in jedem Zelt oder wo, auch in der Garage, verstaubar, ohne viel Platz einnehmen zu müssen. Und man sieht das hier, das ist so dreigeteilt oder eher fünf geteilt mit den kleinen Teilen noch. Und super schnell und einfach zusammengebaut. Also das schafft jeder. Und das ist wirklich ein Produkt für 15 Euro. Oh, ich glaube, dass man das in Offroad- oder Campinggeschäften nicht unter 40, 45 Euro... Ich glaube gar nicht, dass du sowas weißt. ...vor allem eben das Material. Also das Material hier sehr, sehr robust, sehr beständig und eben auch langlebig. Was hast du gesagt? Was ist das für ein Material? Carbonstahl ist das. Carbonstahl, ja. Also wind- und wetterfester Carbonstahl. Ausgesprochen steif. Man kennt das ja manchmal bei Spaten, dass die dann umbiegen, wenn man mal ein bisschen was Härteres nimmt. Das passiert Ihnen hier nicht. Das war unser Preis-Alarm. Also da bitte ich Sie, das nur einmal zu bestellen. Aber diese einmal sind auf jeden Fall gut investiert. Mit der ZX 8058 und der 569. Und wenn Sie das gleiche Problem haben wie ich, immer so ein bisschen mit der Zeit zu rennen, wenn Sie sich im Bad fertig machen, habe ich genau das perfekte Produkt für Sie. Es schlägt 15. Ja, es geht um eine unglaublich tolle Badezimmer-Uhr. Badezimmer-Uhr, Außen-Uhr, Werkstatt-Uhr, egal wo. Kollege Ralf Janssen hat in jedem Raum eine Uhr. Der ist nie zu spät für irgendwas. Nee, das stimmt. Ich habe ein ganz gutes Zeitgefühl. Ich bin eigentlich auch selten zu spät. Bist du manchmal zu spät? Also bis vor zwei Wochen habe ich gesagt, nein. Ich habe mich mit meinem Bruder unterhalten, der meinte, ich bin immer zu spät. Ach, und du, Diana? Ja, mach mal passiert so was. Du warst heute sehr früh da, ne? Nein, ich habe heute einfach, ich habe vergessen, meinen Wecker anzumachen. Und trotzdem warst du rechtzeitig da. Natürlich, aber mach mal natürlich für Frauen, ich glaube, das ist auch wichtig, dass wir müssen auch Haare waschen. Dann willst du noch wahrscheinlich so Maske machen, verschiedene Creme und vergiss einfach die Zeit, genieß deine Ruhe. Aber ich finde auch nicht nur für Badezimmer. Wahrscheinlich, sie haben zu Hause auch Sauna, das ist auch als Option. Oder zum Beispiel draußen. Wahrscheinlich brauchen sie für Terrasse oder für Balkon, das ist auch alles wasserdicht. Also ich finde das wirklich sehr, sehr schöne Uhr. Und wir haben hier dazu noch Temperaturanzeige. 25,1 bei uns Grad und Luftfeuchtigkeit 67%. Also das ist schon bei uns schön warm. Also wir haben Temperatur, wir haben Luftfeuchtigkeit noch mit drin. Wir haben eine Funkuhr, das heißt, die geht immer richtig, die brauchen sie nie zu stellen. Die schnappt sich das Funksignal und stellt sich dann automatisch. Das Design, finde ich der Hammer, sieht sehr, sehr schön aus. Kann man auch mal aus der Entfernung die Uhrzeit gut lesen. Sekundenzeiger sind drin, das ist Echtglas hier vorne. Und wir haben hier diesen gebürsteten Aluminiumrahmen, sieht super aus. Es ist eine Badezimmeruhr und natürlich ist die feuchtfest, das heißt, der macht das gar nichts aus hier. Aber schauen Sie mal, auf der Rückseite haben wir Saugnäpfe. Das heißt, die muss man nirgends anbohren. Können Sie auch, hier oben ist auch noch ein Haken, mit dem es gebohrt werden kann. Aber hier einfach an die Fliesen ran machen, man braucht überhaupt nicht zu bohren. Ich finde die Uhr fantastisch und 15 Euro ist ein super Preis dafür. Ja, auch gerade, dass es eine Funkuhr ist, dass man sich da nicht noch um das Stellen kümmern muss. Das eliminiert natürlich meine Ausrede, die ich zweimal im Jahr nehmen kann, wenn ich für die Zeitumstellung war. Aber naja, hier haben wir einfach nicht diesen Stress, dass man die Uhr abnehmen muss, umstellen muss, gucken muss, ist sie richtig gestellt. Das ist eine Funkuhr, dann auch noch per Druck, also dass sie per Saugnapf hält. Man muss keine Löcher bohren. Egal ob im Bad, in der Sauna, egal wo, das ist wirklich eine super Funkuhr für nur 15 Euro. Mit der ZX 7344 und der 569. Und Sie wissen ja, wenn Sie mich öfter hier bei Pearl TV sehen, ich liebe Beleuchtung. Und deswegen hat Ingo das nächste Produkt ausgewählt. Es schlägt noch mal 15. Ich habe tatsächlich an euch gedacht, also sowohl du, als auch Moni, als auch Diana, ihr liebt stimmungsvolle Beleuchtung. Ja, genau. Romantische Stimmung. Romantische Stimmung. Der Kamin war schon cool, aber das hier ist noch mal was ganz Besonderes. Wir haben hier eine Laterne, die diese Glühbirnenoptik hat. Die sieht so super schön aus hier. Die brauchen Sie auch nicht mit Strom zu versorgen. Die hat ein kleines Solarpanel oben. Das heißt, sie lädt sich ganz automatisch tagsüber. Und abends, sobald es dunkel wird, geht die automatisch an und gibt Ihnen hier dann stundenlang Licht. Und diese Laterne, ich weiß, du hast auch schon dein Auge drauf. Ich gebe sie dir mal rüber, Merle. Danke. Haben wir heute ein Zweierset für 15 Euro. Das ist wirklich unglaublich. Ein Zweierset Laternen. Die sind Solarbetrieben, hast du gesagt, oder? Die sind Solarbetrieben, ganz genau. Das ist, finde ich, immer das maximale Kaufargument, wenn ich nach Lampen schaue, weil man muss sich um nichts kümmern. Man stellt sie einfach den ganzen Tag raus. Sie laden sich auf. Und abends, wenn es dann dämmert und dunkel wird, dann geht die Beleuchtung, ohne dass man da noch irgendwelche Strom, also keine Stromkosten, keine Folgekosten einmal. Und man muss sich nicht um Batterie oder Akku kümmern. Das ist einfach, finde ich, bei Lampen immer super, super wichtig. Weil es gibt nichts Nervigeres, als wenn man seine Laterne anmachen möchte und dann ist die Batterie leer. Auch mal so aufs Fensterbrett stellen, ganz einfach. Wie gesagt, die braucht nur Tageslicht, dann lädt die sich immer wieder von alleine auf. Die können sich hinstellen oder hinhängen. Und ich bin sehr, sehr froh, dass wir ein Zweierset hier haben. Es ist übrigens kein Preisalarm. Sie dürfen hier bis zu fünfmal zuschlagen. Wenn Sie eine größere Terrasse oder einen Balkon haben, was glauben Sie, wie schick das aussieht? Wenn Sie da vier, fünf von diesen Lampen einfach hinstellen. Wenn Sie Kinder haben, die bei Dunkelheit nicht schlafen können, stellen Sie einfach so eine Laterne auf die Fensterbank. Aber wirklich auf dem Boden kann sie stehen, auf dem Tisch. Das kann auch zum Beispiel hängen. Sieht sehr, sehr schön aus. Ich war auch auf der Suche für Beleuchtung für meinen Balkon. Ich muss sagen, für diese große, das ist wirklich ein super guter Preis. Normalerweise würden Sie 20, 30 Euro für eine Laterne zahlen. Hier, wir haben ein Zweierset und das ist gar kein Preiserlamm. Das bedeutet, Sie dürfen bis zu fünfmal bestellen. Und wie hast du schon gesagt, wahrscheinlich ein paar Stücke auf dem Boden. Welche können Sie natürlich hängen lassen. Oder zum Beispiel auch, wenn du nach Hause kommst und bei der Tür, bei beiden Seiten kannst du das auch platzieren. Das würde auch sehr schön aussehen. Dazu haben wir diese Solarpanel. Das bedeutet, Sie müssen das nicht immer an und aus machen oder die Batterie wechseln. Das ist alles ohne Kabel. Wirklich hervorragend. Haben Sie das gesehen? Das sieht wirklich aus wie eine Glühbirne. So als wäre der kleine Glühdraht da leuchten würde. Die hat natürlich kein Glühdraht, das sind alles LEDs. Aber die Optik ist schon der Hammer allein. Das ist was ganz Außergewöhnliches hier. Und die macht so ein angenehmes Warmweißlicht für Sie. Wir schauen mal eben auf Pearl.de, was Sie normalerweise hier bezahlen müssten. Bei unseren Kollegen von Pearl.de kostet eine 24 Euro. Und hier bei uns bekommen Sie zwei für 15 Euro. Ich musste gerade wirklich schmunzeln, weil das unglaublich ist. Zwei für 15 Euro und dann noch nicht einmal Preisalarm. Das bedeutet bis zu fünfmal bestellbar. Hier können Sie sich wirklich einen Lichter mehr in die Einfahrt, auf den Balkon, auf die Terrasse, egal wohin zaubern. Und ich glaube, da sind wir alle einer Meinung, dass Beleuchtung einfach essentiell ist. Gar nicht mal nur, dass man was sieht, sondern es macht, egal wann, es sorgt für eine superschöne Stimmung. Können Sie bestellen mit der NX 83 41 und der 569. Und bei uns geht es jetzt nochmal weiter. Und zwar wieder sehr sinnvoll und sehr praktisch. Es schlägt wieder 15. Ja, Aufbewahrungsboxen kennt man alle. Die sind groß. Wenn man da mehrere davon im Schrank tut, dann nehmen die unglaublich viel Platz weg. Wir haben hier Silikon-Aufbewahrungsboxen. Das ist so ziemlich das Beste, was ich bis jetzt gesehen habe an Aufbewahrungsboxen. Sie sehen, wie flach die hier sind. Die sind sehr, sehr flach. Die kann man aber tatsächlich hier eben auseinanderfalten. Und dann entfachen die ihre komplette Größe hier. So sehen die dann aus, eben wie normale Aufbewahrungsboxen. Aber wenn man die dann in den Schrank tut, sind die eben wieder sehr, sehr flach und nehmen keinen Platz weg. Also Silikon ist sowieso ein ganz, ganz tolles Material, weil es eben lebensmittelecht ist und eben auch Temperatur unbeständig. Das heißt, die können Sie tatsächlich auch zum Einfrieren nehmen oder in eine Mikrowelle. Hier oben ist sogar ein kleines Ventil im Deckel, das also überschüssiger Druck dann entweichen kann. Mal Essen mit in die Firma nehmen, mal irgendwas in den Kühlschrank tun. Das hält richtig, richtig dicht durch diese Schmetterlingshalterungen hier, diese Klemmen. Das ist absolut geruchsdicht, auch noch in Jahren. Das heißt, wenn man mal eine Zwiebel hat, wenn man mal so einen richtig guten Käse hat. Ach, lecker. So ein Camembert, der schon zerläuft, aber wirklich so gut riecht, dann riecht nur der Camembert danach und nicht ihr ganzer Kühlschrank. Es ist wirklich toll. Vor allem, ich schwöre sowieso auf unsere Aufbewahrungsboxen und Rosenstein und Söhne ist hier wirklich meine absolute Lieblingsaufbewahrungsboxen-Marke. Ich habe, egal welches Set wir vorstellen, ich habe es und das kannte ich noch nicht, weil mein Aufbewahrungsschrank explodiert und manchmal kriege ich die nicht mehr zu, weil die eben immer so sperrig sind. Aufbewahrungssoßen sind nun mal vorgeformt und das hier ist, glaube ich, einfach ein Game Changer, weil hier, wie Ingo das gesagt hat, kann man sie nun mal einfach einfalten. Da könnte ich mir sechs in meinem Schrank stapeln und ich hätte immer noch keine Schwierigkeiten, die Schublade auf- und zuzumachen. Also das ist wirklich mal wieder ein Set, was ich mir gleich bestellen werde, weil, wie gesagt, ich liebe unsere Aufbewahrungsboxen, weil die sind einfach qualitativ unschlagbar und vor allem preislich unschlagbar. Das Preis-Leistungs-Verhältnis ist wirklich eine glatte Eins. Und hier nur für 15 Euro ein Vierer-Set, also man hat was für Bärchen, für Käse, für Brot, egal für welche Lebensmittel, jede Größe ist vorhanden. Die Bestellnummer ist die ZX 6532 und die 569. Wir sind leider schon am Ende, aber wir haben natürlich noch das letzte Produkt für Sie. Es schlägt noch einmal 15. Es geht um Sicherheit und vor allem auf erschwingliche Sicherheit. Sicherheit, die man sich leisten kann, die man sich leisten sollte. Das hier ist ein Fenster- und Türalarm. Sie haben hier so selbstklebende Streifen noch mit dabei. Das bringen Sie ganz einfach ein Teil am Fensterrahmen oder Türrahmen und ein Teil am Fenster beziehungsweise der Tür an. Und sobald das Fenster aufgemacht wird, das heißt die beiden trennen sich, wird ein ohrenbetäubender Lärm klingen. Seid ihr soweit? Zeig mal her. Oh mein Gott. 110 Dezibel. 110 Dezibel. Ein startender Düsenjäger. Ich habe nachgeguckt. Oh Herr, je, meine. Das heißt, Sie werden gewarnt, wenn jemand bei Ihnen irgendwo durchs Fenster, durch die Tür geht. Aber vor allem werden potenzielle Einbrecher auch abgeschreckt und das macht einfach Sinn. Sie können das hier gerne auch wieder bis zu fünfmal bestellen. Der Clou hier dran ist, und das finde ich wirklich sehr, sehr sinnvoll, ist, dass das WLAN-fähig ist. Das heißt, Sie bekommen auf Ihrem Handy, auf Ihrem Tablet, egal ob das Android oder iPhone ist, einen Alarm, dass jetzt gerade das Fenster aufgegangen ist, dass jetzt gerade die Tür aufgegangen ist. In dem Moment, wo dieses schreckliche Geräusch erklingt, wird hier eben Ihre WLAN-App, schickt Ihnen eine Push-Nachricht. Wo es natürlich noch mehr Sinn macht. Kühlschrank. Nachts. Wenn man nach dem Kühlschrank öffnet. Wollen wir mal, als Abschreckung. Ja Gott, bringst du das mal an. Dann wäre ich wirklich traumatisiert, wenn ich nachher in den Kühlschrank gehen möchte und auf einmal schallen mir 110 Dezibel ins Ohr, dann würde ich schreien weglaufen. Und der Schrank mit Süßigkeiten auch. Schrank mit Süßigkeiten, eine Keksdose. Du bist so gemein. Weihnachtskeksdose. Eine Weihnachtskeksdose. Ja, aber du kannst das sogar, wenn du ein Smart Home hast, das heißt, du hast vielleicht schon eine Lampe, die schon mit WLAN geht oder was weiß ich, irgendwas, was mit WLAN geht. Kannst du das koppeln damit. Das heißt, in dem Moment, wo die Tür aufgeht, kann schon ein Licht mit eingeschaltet werden. Oh, das ist super. Gerade wenn man nicht zu Hause ist und es zum Beispiel dunkel ist und die Tür aufgeht, dass man dann eben seine Smart Home Lichter damit koppelt. Weil wenn man dann einen potenziellen Eindringling hat, geht das komplette Haus in Lichtern auf und dann denkt sich der Eindringling, ah, ich gehe weg. Es ist wirklich sehr, sehr laut. Es ist wirklich schrecklich. Das hört man über Stockwerke. Ja. Und das hält eben gerade solche Leute hier mit schwarzer Mütze, schwarzem T-Shirt. Die werden da abgehalten. Ich weiß nicht, ist das unser Regisseur? Ich habe keine Ahnung, wer da den Team gespielt hat. Also, das schreckt richtig ab. Und sie werden gewarnt über das Internet. Achtung, hier wird gerade eine Tür oder ein Fenster geöffnet. Und sie können es auch noch mit, wenn sie Smart Lampen haben, irgendwas Smart, Stereoanlage, können sie das auch noch damit koppeln. Also hier können sie ihr Zuhause auf jeden Fall einfach mal wirklich absichern oder den Kühlschrank. Die bestellende Mal ist die ZX-7211 und die 569. Und Ingo hat einfach unglaubliche Produkte rausgesucht. Mein Lieblingsprodukt war auf jeden Fall der Deko-Kamin. Zeigen Sie uns doch, was Ihr Produkt ist, Ihr Lieblingsprodukt, indem Sie es bestellen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.